hallo ich wollte euch mal zeigen man sagt ja immer die venus wäre der schnellste ne der hellste stern am himmel aber so ist es nicht was ich jetzt im moment immer beobachte das ist der jupiter der ist der hellste stern am himmel der ist immer so nebenmond wenn die erde sich dreht zwischen irgendwann morgens ist er gegen sechs uhr oder halb sechs ist er über den mond weil das irgendwie die erdwand drehung ich kann euch jetzt mal zeigen dass da die venus die hält der hellste stern ist jetzt mache ich gleich mal auf die venus die ist jetzt rechts neben den mond so jetzt sieht er die venus da sieht man die vier monde ich hole mal den näher ran da sieht man gut die vier monde von der venus jupiter meine ich das ist der echte hellste stern überhaupt sich hier so sehe der ist richtung süden ist so schwer zu sagen oder genau ist ja ich wollte euch mal zeigen dass der die der jupiter der hellste stern im moment ist so das mache ich zeige ich euch noch mal den mond da ist der mond da ist der mond nicht nah ran habe ich ihn geholt jetzt frage ich mal raus und dann versuche ich mal beide gleichzeitig zu zeigen ich gehe noch weiter zurück noch weiter zurück und da ist oben links oben rechts ist der jupiter da ist der jupiter könnt ihr auch gleich sehen mit den vier monden vier kleinen monden so das sind bis jetzt die hellsten dieser hellste stern hier am nachthimmel man sagt ja immer der nordstern aber den sehe ich im moment gar nicht ich sehe immer nur den jupiter und ich kann sogar den mars sehen den saturn im moment hängt der saturn ziemlich flach ich gehe jetzt mal ran das ist ein flugzeug habe ich mich vertan